Ja, ich habe eine Fitline-Warnung für dich. Nach über 24 Monaten, wo ich Fitline vertrieben habe, gibt es aus meiner Sicht fünf verbotene Dinge. Ich weiß, es hört sich wild an, aber es ist definitiv eine wichtige Information, wenn du bei Fitline-Vertriebspartner bist. Kurz zu mir. Im siebten Monat hatte ich bei Fitline schon 210.000 Monatsumsatz. Ich habe das nur mit Facebook gemacht und gerade hier gibt es diverse Problematiken. Es gibt nämlich Dinge, die eben verboten sind. Lass uns gleich mal starten mit dem ersten von fünf Dingen. Und ja, Heil- und Wirkaussagen. Was sind Heil- und Wirkaussagen? Also es gibt so einige Vertriebspartner bei Fitline, die damals auch in meinem Team waren, die haben das nicht gewusst. Es gibt einerseits Heilaussagen und dann sogenannte Wirkaussagen. Was ist eine Heilaussage? Eine Heilaussage ist, wenn ich sage, ein Fitline-Produkt sorgt dafür, dass diese Krankheit dann nicht mehr da ist oder dass diese und diese Krankheit weg ist. Das ist ganz klar eine Heilaussage und sie ist verboten. Es gibt hier ein eigenes Gesetz dafür und ich sage gleich was dazu, wie das früher war und jetzt. Das zweite sind sogenannte Wirkaussagen. Wenn ich zum Beispiel sage, ein Fitline-Produkt so wie das Restorate oder Activize in x Tagen habe ich diesen und jenen Effekt. Es gibt hier zwar eine Grauzone, die manche noch nutzen, indem sie nicht sagen in drei Wochen oder in zwei Monaten, sondern indem sie einfach sagen in wenigen Tagen oder in einer kurzen Zeitspanne. Das ist aber sehr umstritten. Grundsätzlich folgendes, 2017, wie ich im Network-Marketing begonnen habe, da war das ein Stück anders. Viele wussten das auch nicht, dass es Heil- und Wirkaussagen gibt und niemand hat sich darum geschert. Aber dann kamen die Rechtsanwälte auf die Idee, das auch wirklich zu prüfen und haben viele, viele Fälle gefunden. PM International als Hersteller von den Fitline-Produkten hat dann eben abgeraten, hat gesagt, man soll nur die Postings nehmen von der Webseite oder von der Facebook-Fanpage, weil diese safe sind, weil diese auch wirklich rechtlich geprüft sind. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe diese Postings nicht genommen und zwar, das liegt an einem anderen Grund, den ich die dann als, glaube ich, muss ich selber nachschauen, als später einfach sage. Es liegt daran, dass es ein sogenanntes Wortmarken-Update gibt. Das heißt, wenn ich eine Wortmarke wie Fitline oder PM International erwähne, dann habe ich wenig Reichweite. Punkt 1 von 5 der Fitline-Warnung. Warnung Nummer 2 ist, Fitline-Postings am privaten Profil zu machen. Ich weiß, das ist auch heute noch so, nicht nur bei Fitline, sondern überhaupt, dass Postings am privaten Facebook-Profil gemacht werden. Hier muss man ganz klar sagen, es gibt hier die Facebook-Nutzungsbedingungen und in den Facebook-Nutzungsbedingungen, ich lese dir das genau vor, da steht dann deine Verpflichtungen gegenüber Facebook und unserer Gemeinschaft. Und da steht dann ganz klar Punkt 1, wer Facebook nutzen kann, und da steht dann ganz klar drinnen, nur ein einziges Konto erstellen und deine Chronik für persönliche Zwecke verwenden. Also, es ist ganz klar verboten, Fitline-Produkte am privaten Profil zu bewerben. Das darf man nicht. Auch muss man anmerken, dass man nicht zwei Accounts haben darf oder drei. Es gibt manche Fitline-Vertriebspartner, die dann sagen, okay, ich darf hier nur 5000 Freunde haben und haben dann einen zweiten oder dritten Account, das ist verboten. Wenn dich jemand meldet, ist dein Account für immer gelöscht. Außerdem möchte ich hier noch anmerken, diejenigen, die so arbeiten, die sind nicht up-to-date, die 5000-Freunde-Regel haben, weil es gibt das Prinzip der aktiven Freundesliste. Das bedeutet, wenn du jetzt 5000 Freunde hast, nur die aktiven Freunde sehen es wirklich und auch ein Akquirieren über den Messenger ist verboten, weil man die Zustimmung braucht. Das war Punkt 2 von 5. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt meiner Fitline-Warnung. Das ist es, ich warne dich davor, Werbung zu schalten. Ja, natürlich, Facebook möchte das sehr, sehr gerne, aber es gab hier ein wesentliches Update von iOS. Also alle, die Apple-Geräte haben, iPhone und so weiter, die sind davon betroffen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel ein iPhone hast, auf Facebook bist, dann frag dich dein iPhone, möchtest du personalisierte Werbung sehen? Und hier gab es eine sehr große Überraschung, denke ich, für Facebook, nämlich, weil nur 9% aller User haben dem zugestimmt. Das heißt, 91% nicht. Und warum rate ich dir von Werbung ab? Weil genau diese Problematik bei iOS sorgt dafür, dass Werbung noch teurer wurde. Weil als Werbetreibender möchte man ja Werbung auf Facebook personalisieren. Das heißt, man braucht ja die Zustimmung, weil man möchte sagen, okay, ich habe eine, ich möchte alle Frauen erreichen, die 40 bis 50 Jahre sind, die sich fürs Thema abnehmen, interessieren. Und das ist jetzt nicht mehr so leicht möglich. Das heißt, die Mehrkosten sind um ein Vielfaches gestiegen. Ein anderes Beispiel noch, ich selbst habe nie Werbung geschalten. Ich habe alles mit organischer Reichweite aufgebaut. Das geht nach wie vor. Aber es gibt hier ein schlechtes Beispiel einer Facebook-Fanseite. Und zwar diese Fanseite hat zwei Millionen Fans. Zwei Millionen Fans, wenn die ein Posting machen, haben die 26 Likes. Ich verlinke dir unten ein Training von mir, wo ich dir genau zeige, wie man das anders macht. Nämlich mit einer öffentlichen Facebook-Gruppe. Und wenn du hier in meine Gruppe kommst, also du tragst dich unten einfach ein in den Link, dann kommst du zu den Informationen, auch zu der Gruppe. Dann siehst du ganz oben ein Posting von mir, das aktuell 35.000 Mal aufgerufen wurde von verschiedensten Personen. Aktuell 7.000 Kommentare hat. 427 Mal geteilt. Also ich möchte sagen, du brauchst keine Werbung kaufen. Ich würde dich davon auch dir abraten und dich warnen. Punkt Nummer 4 von 5 der Fitline-Warnung ist Use Talk Demo. Also es gibt ja bei PM International, das ist der Hersteller von Fitline, gibt es ja die sogenannte Business Akademie. Das sind in der Regel monatliche Veranstaltungen, wo man sich trifft. Offline, nicht im Internet. In der Pandemie-Zeit war das aber auch online. Und dort gibt es eine gewisse Vorgehensweise. Diese Vorgehensweise ist eigentlich immer ziemlich ähnlich und dort wird sehr, sehr stark propagiert. Use Talk Demo. Dazu möchte ich eines sagen. Das eine ist mal Use, also man soll die Fitline-Produkte benutzen. Das habe ich natürlich gemacht, sonst wäre das nicht authentisch. Das zweite ist, man soll drüber sprechen. Das habe ich nie gemacht, weil wie gesagt, es gibt ja auch das sogenannte Wortmarken-Update bei Facebook. Wenn ich Fitline erwähne, habe ich keine Reichweite. Außerdem möchte ich kein Verkäufer sein. Ich möchte nicht herumgehen und sagen, möchtest du Fitline-Activize, Restorate, Power-Cocktail kaufen bei mir. Das habe ich nicht gemacht. Und der dritte Punkt, Demo, heißt, man soll die Produkte mithaben, man soll sie herzeigen. Das habe ich nie gemacht. Also ich möchte nicht mit einer Tasche herumlaufen. Das war nicht mein Stil. Das hat mir nicht getaugt, sozusagen. Naja, es gab dann viele Warnungen von Kollegen bei Fitline und die dann gesagt haben, naja, so arbeitet man hier und wenn du nicht so arbeitest, dann wirst du definitiv keinen Erfolg haben. Naja, ich muss dann sagen, da musste ich schmunzeln, weil ich gleich als Newcomer den weltweiten Sponsorwettbewerb gewonnen habe. Also sprich, ich habe 400.000 Fitline-Vertriebspartner geschlagen, obwohl ich nur zwei Monate Zeit hatte und die anderen drei. Also verzichte auf Use-Talk-Demo. Was ist jetzt die fünfte Fitline-Warnung? Ich weiß, es klingt reißerisch, aber es ist wirklich eine Warnung. Schulungen. Das ist eigentlich mein Lieblingspart, weil jeder sagte zu mir, ich muss zu den Fitline-Schulungen gehen, Produktschulungen. Ist ja an und für sich nichts Schlechtes, um dort einfach zu erfahren, wie funktioniert Restorate, wie funktioniert Activize und so weiter. Ich habe nie an einer Produktschulung teilgenommen. Im siebten Monat war ich im Silber-Präsidentsteam. Ich habe alle Umsatzrekorde erreicht. Warum auch? Ich habe gesehen, die Leute, die auf den Produktschulungen waren, die haben sich nachher schwerer getan. Du kennst auch vielleicht das Sprichwort, Fachidiot schlägt Kunden tot. Ich habe nie über die Inhaltsstoffe gesprochen, nie über die Produkte, nie über PM International und das ist auch wirklich wichtig. Ich selbst hatte 800 direkte Kunden und Partner in 24 Monaten gewonnen, nur durch Facebook, wenn du wissen möchtest, wie das geht. Unterhalb vom Video kriegst du das Training. Aber was ich damit sagen möchte ist, von den 800 direkten Kunden und Partnern bei Fitline haben mich fünf Menschen gefragt, was denn wirklich drinnen ist. Sie haben mich auch erst gefragt, welches Produkt handelt es sich. Also man braucht das nicht aus meiner Sicht und ist auch insofern wichtig, wenn du neue Fitline-Vertriebspartner hast, du kannst dir nicht sagen, die müssen alle zu Schulungen fahren, damit die Erfolg haben, weil eine Schulung, so wie es bei uns war, ist hunderte Kilometer entfernt. Das kostet viel Geld, kostet viel Zeit und damit blockierst du dich sehr stark in deinem Fitline-Business und deswegen ist das auch eine Warnung. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, ich bin gegen den Strom geschwommen, wie du schon merkst. Ich habe Fitline nicht erwähnt, PM nicht erwähnt, zu den Schulungen nicht gegangen. Ich hatte mein eigenes System nur mit Facebook aufgebaut, ohne Werbung. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie das genau funktioniert, unterhalb vom Video hast du den Link, trag dich ein und dann bekommst du das Training zugeschickt. Ich hoffe, ich konnte dir helfen mit meinen fünf Fitline-Warnungen. Wie gesagt, ich habe genug Erfahrung und ich hoffe, du kannst es nutzen. Schön, dass du da bist. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye. Rock it. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.